Wenn Kalajcic ausfällt, dann haben wir vielleicht schon mal ein Thema weniger, Flanke, Sosa, Kopfball, Ablage oder Tor, Kalajcic. Das steht dann nicht mehr so. Grundsätzlich Stuttgart, wie du sagst, ich mag die Mannschaft. Viele sehr gute Fußballer, gute Spielanlage. Pellegrino macht eine tolle Arbeit, wie ich finde. Sie haben sich mehr als stabilisiert, spielen eine sehr anständige Rückrunde und eine Mannschaft, die wieder an sich glaubt und mit dem Publikum im Rücken natürlich morgen dort auch alles abrufen wird. Wird eine Aufgabe, aber wir erwarten einen Sieg und von uns wird ein Sieg erwartet. Dieses Thema höre ich so die letzten Tage, Wochen schon immer wieder latent und ganz großes Achtung, weil dafür ist schon zu oft im Fußball zu viel passiert. Dementsprechend wirke ich natürlich auf alles, was wir hier tun, ein. Nochmal, unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels haben wir uns vorgenommen, die Saison mit dem bestmöglichen Erfolg zu beenden.